Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, was habe ich eigentlich für euch? Ich klippe, sehe ich gerade. Okay, das ist ein bisschen heftig laut. Das heißt, immer noch Mensch des Kinders. Okay, also nochmal. Willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, diese unterschwelligen Angebote, ihr kennt diese unterschwelligen Angebote. Also, ich finde, ich glaube, als Free-to-Play-User könnt ihr den Angeboten fast nicht mehr widerstehen. Wer die Angebote trotzdem widerstehen kann, der möge mir einen Kommentar reinschreiben. Aber es fällt mir ziemlich schwer und ich habe auf diesem Account hier, ihr seht, die Wartung läuft. Das Video kommt aber erst an einem Dienstag. Trotzdem wollte ich es noch vorher gemacht haben. Und zwar, wenn ich in den Shop gehe, klar, es gibt natürlich den First-Time-Discount. Ihr seht, ich habe noch nie ein Pass hier gehabt auf diesem Account und ich habe auch noch nie was gepaid auf diesem Account hier. Aber das Payen für Free-to-Play-User wird immer schwieriger, es zu unterdrücken. Ihr seht hier, für 29 Cent bekommt ihr eine Bilder-Potion. Die kostet eigentlich 285 Gems. Oder beim Händler, wenn man sie dort erstellt, wenn es sie denn gibt. Und 50 Gems nochmal oben drauf. Das heißt, wir sind bei 235 Gems für 29 Cent. Und das ist natürlich ein super, super Angebot. Ihr seht das, ihr findet für 1,19 Euro 80 Gems. Also das Angebot ist wirklich, wirklich heftig gut. Und ich finde es schon sehr, sehr unterschwellig, muss ich sagen. Ihr kennt diesen Begriff, diese unterschwellige, es gab ja diese unterschwelligen Impfungen während der Covid-Zeit. Das heißt also, überall wurde geimpft, wo die Leute halt sich aufhielten und mussten dann nicht mehr in ein Impfzentrum fahren oder zu einem Arzt. Sondern du konntest überall geimpft werden. Ob das jetzt hier bei deinem Eisdielmann war, der sowieso durch die Gegend fährt. Oder an irgendeinem Supermarkt, wo dann irgendein Bus auftauchte vom Roten Kreuz oder was auch immer. Ihr wisst genau, was ich meine. Also dieses hier ist genauso unterschwellig. Und ich muss fast echt sagen, für gut zwei gesammelte Dosen, also sagen wir mal eure Red Bull-Dosen, die ihr ja wahrscheinlich draußen immer stehen lasst, einfach so, wo ihr gerade geht und steht, die kann man auch wieder zum Händler bringen. Dafür würde es 50 Cent Pfand wiedergeben. Und ihr seht 29 Cent. Ja, 29 Cent. Das Ganze kannst du einmal auch nur kaufen. Also sonst könnte man das gleich zehnmal kaufen. Ich würde es gleich zehnmal kaufen für 2,90 Euro. Aber das macht Supercell dann doch nicht mit. Aber trotzdem finde ich das Angebot sehr, sehr knackig. Auch die hier hinten für 1,19 Euro. Ich glaube, mit dem großen Account nehme ich die jetzt auch mit. Aber mit dem Free-to-Play-Account fällt es mir trotzdem immer noch sehr, sehr schwer. Wobei ich immer noch drauf hinweisen muss, wartet mal, wo ich aber immer noch drauf hinweisen muss, ist in jedem Fall der Supercell Store. Ich mache das mal eben so. Der Supercell Store und blende euch das eben mal ein. Zack, da sind wir. Im Supercell Store bekommt ihr diese Angebote auch und noch viel bessere Angebote. Ich weise nur noch mal drauf hin. Und ihr habt dort auch einen sogenannten Store-Bonus. Das heißt also, kauft ihr hier im Store etwas und ihr könnt hier alle Sachen kaufen, inklusive mehr Sachen kaufen, dann könnt ihr das hier machen. Diese hier, die beiden hier oben, also diese beiden hier, ich muss euch das, glaube ich, ein bisschen größer machen. Diese beiden hier sind, ja, die findet ihr halt im Shop im Moment, glaube ich, nicht. Aber sie gehören halt mit zu dieser Serie, der wilde, wilde Westen ist wieder da oder ist jetzt bei Clash of Clans da. Ihr könnt Goldpässe kaufen, Eventpässe kaufen, nur, falls ihr es wisst. Und ihr seht, hier habt ihr immer Punkte, die ihr dann dafür auch noch bekommt. Und für diese Punkte, ja, da gibt es so eine Art Ladder. Die Offer hier, das sind genau die Offer, die ich im Moment mit meinem Account habe. Ich bin ja mit meinem Main-Account hier angemeldet, die es auch im Shop gibt. Ja, hier finden wir aber genau das gleiche hier, wie hier hinten, zwei Bilder-Potions und zwei Trainings-Potions. Das haben wir eben schon gesehen. Und die hier unten sind auch nicht anders, aber ihr bekommt nach wie vor, wie gesagt, einen ganzen Haufen Punkte. Und für diese Punkte hier, wenn ich das hier mal hochklicke, gibt es eine Ladder. Ja, es gibt Challenges, die habe ich auch noch nicht gemacht. Es gibt hier Tagesschallenges, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Es gibt hier Tagesschallenges, ihr habt noch sechs Tage, 20 Stunden Zeit, um hier vier Tage mich einzuloggen. Einen Tag habe ich erst gemacht, ja, ich war mal wieder ein bisschen, ich war ja auch im Urlaub. Also so ein Kurzurlaub zumindest. Und ich habe noch keinen Download destroyed und habe noch keinen Village-Sterne-Bonus zweimal gemacht. Dafür gibt es auch Punkte. Und je mehr Bonus ihr habt hier, desto mehr bekommt ihr hier, ah, die fängt schon wieder neu an. Die Ladder hier, 27 Tage, sehe ich jetzt auch. Aber ich habe noch mal richtig abgeräumt, weil ich ja noch mal vier Pässe gekauft habe am letzten Wochenende. Davon habe ich ja noch einen für euch über. Den verlose ich im Laufe der jetzigen Woche, wenn wir in den Livestream sind. Einen habe ich schon verlost, die anderen verlose ich dann. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es Sinn macht, da auch zu kaufen. Ihr könnt hier genauso gut an der Kasse dann auch einen Creator-Code eingeben. Also die Kreatoren gehen dort auch nicht ganz leer aus. So, jetzt sind wir wieder im Game. Da ist das Paket. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir haben auch ein bisschen Liga, klar. Wir haben auch ein bisschen Liga zu spielen und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Habe ich noch nichts von gemacht. Ich muss alle meine Angriffe noch machen, wollte aber trotzdem mal reingucken, wie wir uns hier schlagen. Beim Clan Totus Banden, ein bisschen unsauber ist das Ganze gelaufen. Einige waren nämlich noch nicht gewechselt, während wir dann die Liga schon gestartet haben. Das tut mir natürlich echt leid für die Leute, die jetzt außen vorgeblieben sind. Allerdings muss ich auch dazu sagen, viele sind immer noch rot. Die nehme ich dann auch nicht mit in die Partien. Ansonsten gibt das nachher wieder Beef hier. So nach dem Motto, hey, wieso hast du mich mitgenommen? Ich war ja auf rot und sowas wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Keine Frage. Wenn sich dann natürlich einer wundert und sagt, warum bin ich nicht mit in der Liga und man sagt, ja, ich war ja rot. Ja, dann heißt es wieder, ja, ich war ja, ich war zwar rot, aber eigentlich bin ich ja grün für die Liga. Dann stellt euch einfach auf grün. So einfach ist das. Dafür ist das solcher auch da. Okay, wir gucken uns mal den High an. Hier 15 auf 14. Der High ist aber auch noch nicht so lange 15, aber ist schon relativ stark. Und da das Liga ja am Dienstag kommt und ich jetzt eben schon die Wartungspause gesehen habe, es kommt oder es kam ja der Juni. Nerf könnt ihr mir auch gerne was in die Kommentare schreiben. Oder wir diskutieren da gerne in den Livestreams rüber über Sinn und Unsicht dieses komischen Nerfs, den ich ja auch ein bisschen nah nicht angezweifelt habe. Aber wo ich mal wieder nicht weiß, warum macht Supercell das ein oder andere und das ein oder andere macht Supercell dann wieder nicht. Da streiten sich auch immer gerne, sehr, sehr gerne sogar die Geister. Und ich wollte aber nur nicht, dass das in Vergessenheit gerät, gerade mit diesem unterschwelligen Angebot. Und ich meine, ich hätte das Video auch irgendwann mal machen können, denn das Angebot läuft noch 10 Tage. Also ich habe immer 10 Tage einloggen oder 11 Tage noch einloggen, bevor ich dann doch zuschlage als Free-to-Play-Spieler. Aber dann suche ich mir auch wirklich zwei Red Bull-Dosen irgendwo auf dem Edeka-Parkplatz hier bei mir. Da lassen die Jugendlichen das immer gerne stehen. Weißt du, die stellen sich einfach so auf den Edeka-Parkplatz und ertrinken dann ihre Red Bull-Dosen und mindestens eine bleibt dann für mich da liegen. Da warte ich einfach, bis da zwei Stück da sind und dann denke ich mir so, ich bin jetzt der Zwei-Socken, sammle mir zwei Dosen, gehe in den Laden rein, hole mir die 50 Cent und dann schlage ich aber sowas von zu. Okay, mit zwei Socken habe ich keine Zahlungsmöglichkeit hier hinterlegt, also muss ich das mit meinem Main-Account irgendwie machen, um das dann zu kaufen. Aber das Ganze läuft sowieso irgendwie über Paypal oder sonstige Sachen oder Pay-Safe-Card, keine Ahnung, was man da alles für einsetzen kann. Aber ich wollte nur noch mal darauf hinweisen und natürlich auch auf diese ganze Shop-Geschichte da, da waren sich wieder diese Lohns, die gekloten Lohns, die einfach irgendwie sterben. Aber der Drachenreiter da stirbt nicht, okay? Der geht noch ein bisschen mit rein mit Elektro-Drachen. Oh Käse. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt genervt wurden, es stand irgendwas in den Notes drin, die habe ich mir noch nicht ganz durchgelesen. Also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin auf jeden Fall auf einem echt guten Weg, dass wir vielleicht jetzt doch ein relativ balanced Spiel bekommen. Und beziehungsweise ich bin guter Hoffnung, dass Supercell genau diese Waage wieder hinbekommt zwischen balanced und spielbar oder OP und nicht OP, sodass wir wieder viel, viel mehr Kombinationen, vor allen Dingen im High-End-Bereich, also Rathaus 15, 16, wo die vermeintlichen Rotreiter existieren, dass dort wieder gerade wieder ein paar andere Taktiken gespielt werden. Ich meine, ihr wisst, ich spiele auch gerne die Taktik auch in den hohen Bereichen mit Hybrid oder auch Luftangriffen, also Drachen etc. Aber letztendlich ist auch immer irgendwas mit Rootreiter dabei und davon will auch ich so ein bisschen ganz klar weg. Ganz klar will auch ich davon so ein bisschen weg, denn das ist mir auch alles ein bisschen zu suspekt und schön gemacht hier von Tim gegen die Nummer 4. Ja, wie gesagt, in die Release Notes, ich weiß doch gar nicht, ob es die schon im Deutschen gab. Ich habe sie jetzt erst im Englischen einmal gelesen, müsste ich gleich gerade mal umschalten, ob es das auch schon in Deutsch gibt. Dann lese ich mir das mal ein bisschen besser durch. Oder aber es erschien in den Blogs, das kann ja auch sein. Einige Sachen erscheinen ja auch ab und zu mal in den Clash of Clans Blog oder Blog heißt es da ja. Und allerdings ist dann auch erst immer die englische Version da und dann kommt erst die deutsche Version. Aber nichtsdestotrotz, oh hier haben wir auch noch so viele gesandte Leute, da läuft mir alles voll. Ich habe noch nicht mit allen Charakteren eingeloggt hier, um mir den letzten Season Bonus abzuholen. Aber der neue Pass finde ich sehr, sehr gut. Ich meine, diese Szenerie gibt es ja leider noch nicht. Die Szenerie gibt es leider noch nicht zu kaufen und es gibt auch noch keinerlei Challenge hier oder sowas. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Also die Szenerie aus den Videos ist natürlich schon sehr cool. Ich bin wirklich gespannt, ob sie die echt so cool umgesetzt haben. Aber nichtsdestotrotz Leute, das unterschwellige Angebot, Toto klickt nicht drauf. Nein, ich klicke nicht drauf, meine ich. Ich hoffe, die Folge auf Enddienste hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst meinen Daumen nach oben da. Aber ne, nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Und dann wünsche ich euch weiterhin eine schöne Woche. Bis dahin Leute, ciao, ciao. Euer Toto. Klatsch. Euer Toto. Euer Toto. Euer Toto. Euer Toto. Euer Toto. Euer Toto. Euer Toto.